So lernt der Etienne kennen.Liebe auf den ersten Blick. Schumacher verrät nun alles. Ralf Schumacher schwärmt in einem neuen Interview von seinem Leben an der Seite von Etienne. Er sei glücklicher als jemals zuvor, so der Rennfahrer.Seit seinem öffentlichen Coming-out Mitte Juli verrät Ralf Schumacher, 49, keine weiteren Details über seine Beziehung zu dem gebürtigen Franzosen Etienne. Jetzt gab der Ex-Formel-1-Star sein erstes Interview mit seinem Partner. Gegenüber dem kroatischen Magazin Gloria verrät der 49-Jährige, dass er glücklicher denn je ist und offenbarte, wie er Etienne kennengelernt hat. Vor fünf Jahren haben sich die beiden bei einer Veranstaltung in Monaco erstmals getroffen. Doch während es für Etienne, der damals noch in Nizza lebte, Liebe auf den ersten Blick war, brauchte Ralf etwas mehr Zeit. Aufgrund der Corona-Pandemie verloren sich die beiden allerdings aus den Augen, hörten und sahen sich ein Jahr lang nicht. Das Treffen danach war Schicksalschef und danach wurden Ralf und der Franzose schnell ein Paar. Über sein Coming-out sagte der 49-Jährige, ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Moment war. Es war sowieso eine Frage der Zeit. Etienne und ich leben und reisen seit mehr als zwei Jahren zusammen und die Menschen um uns herum wussten es. Ralf war es wichtig, selbst mit der Beziehung an die Öffentlichkeit zu gehen, bevor es jemand anderes verraten würde. Keine Gedanken über sexuelle Orientierung. Es ist mein Leben, unser Leben. Die ersten Tage waren schwierig, weil es viele Reaktionen von allen Seiten gab, aber die Meinung anderer Leute interessiert mich nicht. Im Jahr 2023 sollte jeder das Recht auf freie Wahl haben zur Schuhmacher. Zudem erklärte er, dass es keinen genauen Zeitpunkt für die Entwicklung des Bewusstseins für seine sexuelle Orientierung gab, er sich aber vor der Begegnung mit Etienne auch keine großen Gedanken darüber gemacht habe. Die Hauptwohnsitze des Baares befinden sich in Deutschland und Frankreich. Von Oktober bis März leben der gebürtige Franzose und Schuhmacher allerdings in Ralfs Hotel in Südafrika. Während ihrer Zeit dort schläft Etienne gerne aus und ist vor 10 Uhr nicht aus dem Bett zu kriegen. Ralf ist hingegen ein Frühaufsteher und steht bereits um 7 Uhr auf dem Golfplatz. Was für die beiden allerdings kein Problem darstellt, denn Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Neun Jahre nach Ehe aus, Rosenkrieg zwischen Ralf und Cora Schuhmacher. Nun scheint Cora Schuhmacher einen noch deutlicheren Schlussstrich unter ihre Ehe setzen zu wollen. Im Juli dieses Jahres hatte Ralf Schuhmacher seine Beziehung mit dem 15 Jahre jüngeren Franzosen Etienne, 35, öffentlich gemacht und für sein Coming-out öffentlich viel Zuspruch geerntet, nicht jedoch von seiner Ex-Frau. Im Spiegel-Interview machte Cora Schuhmacher ihrem Ärger wenige Wochen später Luft. Sie habe aus den Medien vom Coming-out ihres einstigen Partners erfahren, behauptete sie und fragte, hat er auch einen Moment an die Konsequenzen für mich gedacht? Das jedoch wollte der frühere Formel-1-Profi so nicht stehen lassen, er veröffentlichte einen Chatverlauf zwischen Cora und seinem aktuellen Partner, der wohl beweisen sollte, dass die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin bereits zuvor von der Beziehung gewusst habe. Vielen Dank.